In diesem Video beschäftigt ihr euch mit der pädagogischen Arbeit im Situationsansatz. Neben der Frage, was eigentlich Schlüsselsituationen sind, die den Ausgangspunkt der Arbeit im Situationsansatz darstellen, geht es hier auch um das didaktisch-methodische Handeln, das sich am Leitbild und an den Zielen des Situationsansatzes orientiert. Wenn ihr noch nicht genau über die Ziele und das Leitbild des Situationsansatzes Bescheid wisst, dann empfehle ich euch zunächst das Video, was ist eigentlich der Situationsansatz anzuschauen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung oder am Ende dieses Videos. Wie im Situationsansatz gearbeitet wird, das erfahrt ihr jetzt. Die Abfolge der didaktischen Planung und Dokumentation im Konzept Situationsansatz wird in vier Schritte unterteilt. Erkunden, orientieren, handeln und nachdenken. Anhand eben dieser vier Schritte habe ich das Video strukturiert. Was es bedeutet, diesen vier Schritt umzusetzen, will ich euch anhand eines konkreten Beispiels veranschaulichen. Wir beginnen mit dem Erkunden. Beim Erkunden geht es darum, Situationen der Kinder zu identifizieren, die für die gesamte Person in ihrer biografischen Entwicklung von besonderer Bedeutung sind und ihr Leben prägen. In einem Wort wird hier im Situationsansatz von Schlüsselsituationen gesprochen. Schlüsselsituationen zu definieren ist Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte. Die wissenschaftliche Beraterin des Berliner Kita-Instituts für Qualitätsentwicklung, Christa Preising, schlägt zur Bestimmung von Schlüsselsituationen drei Leitfragen vor. Was kennzeichnet hier und heute das Leben von unseren Kindern und Familien? In welchen Situationen sind die Kinder glücklich und hoffnungsfroh? Welche Situationen erleben sie als schwierig oder widersprüchlich? Und welche dieser Situationen sind geeignet, um sie mit den Kindern in der Kita so zu bearbeiten, dass die Kinder besser mit sich und ihrer Welt zurechtkommen und erfahren können, wie sie ihr Leben selbstbestimmt und gemeinsam mit anderen gestalten können? Mit diesen drei Leitfragen werden wir uns jetzt beispielhaft ein Thema genauer anschauen, das mich persönlich interessiert und von dem ich glaube, dass es uns und unsere Kinder noch eine ganze Weile sehr beschäftigen wird und das sind die digitalen Medien. Also dann, los geht's mit Leitfrage 1. Kennzeichnen digitale Medien das Leben unserer Kinder und Familien. Es lässt sich kaum von der Hand weisen, digitale Medien sind Teil unserer Lebenswelt geworden. Diese Entwicklung verlief rasant. Ihr müsst euch mal vorstellen, 1969 wurde das Internet geboren, in dem erstmals zwei Computer über eine Telefonleitung miteinander verbunden wurden. 2007 wurde mit dem iPhone erste Generation das erste massentaugliche Smartphone veröffentlicht und jetzt schaut euch heute mal die digitale Ausstattung bei euch zu Hause an. Studien zur Medienausstattung und zur Mediennutzung belegen unseren subjektiven Eindruck. Eine nie dagewesene Situation, die für uns und unsere Kinder mit zahlreichen Chancen, aber auch Risiken verbunden ist. Hinter die erste Leitfrage können wir also schon mal einen Haken machen. Weiter geht's mit Frage 2. Sind die Kinder im Zusammenhang mit digitalen Medien glücklich und hoffnungsfroh? Erleben sie hierbei auch schwierige oder widersprüchliche Situationen? Kinder werden nicht nur überall mit digitalen Medien konfrontiert, sie nutzen sie auch ganz selbstverständlich. Und warum tun sie das? In erster Linie wohl aus dem selben Grund, aus dem wir auch neue Medien nutzen. Es macht Spaß, beispielsweise sich den Herausforderungen in einem Spiel zu stellen und diese zu bewältigen, mit Freunden bzw. der Familie in Kontakt zu bleiben oder die Abenteuer der Lieblingshelden im Fernsehen mitzuverfolgen. Gleichzeitig erleben sie dabei jedoch auch schwierige Situationen, sei es beispielsweise, weil etwas im Spiel oder auch im Gerät selbst nicht so funktioniert, wie es das Kind gerne hätte oder weil die Vorstellungen zur Mediennutzung bei Erwachsenen und Kindern teilweise weit auseinander gehen und das natürlich ein enormes Konfliktpotenzial birgt. Womöglich fallen euch genau dazu einige Beispiele aus eurem eigenen Leben ein. Ich hätte da auf jeden Fall welche. Auch in der Kita kann man im Zusammenhang mit dieser Fragestellung vielfältige Beobachtungen machen. Die Einrichtungen rüsten beispielsweise langsam digital auf und Dinge wie eine Videokamera oder ein Tablet üben eine gewisse Faszination auf die Kinder aus. Aber auch ohne digitale Ausstattung lässt sich das Interesse der Kinder erkennen. So kommen diese beispielsweise miteinander über digitale Spiele und Filme ins Gespräch, tragen Kleider mit Filmfiguren, sie beschäftigen sich in ihrem Spiel mit den Inhalten, indem sie beispielsweise Dinge dazu malen oder einzelne Szenen im Rollenspiel nachspielen. Die Kinder haben womöglich auch konkrete Fragen, zum Beispiel, wie wird ein Computerspiel gemacht, gibt es die Figuren aus den Filmen wirklich oder auch Hypothesen wie in der Tony-Box sitzen kleine Männchen, die die Geschichte sprechen oder einen eigenen Film machen, ist Baby leicht. Egal, ob wir die Leitfrage allgemein beantworten oder auf konkrete Beobachtungen aus der Praxis zurückgreifen, die Freude und das Interesse der Kinder an digitalen Medien kommen ebenso zum Ausdruck wie Unsicherheiten und der Wunsch, mehr darüber zu erfahren. Auch hinter diese Frage können wir also einen Haken setzen. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die letzte der von Christa Preising vorgeschlagenen Leitfragen? Welche dieser Situationen sind geeignet, um sie mit den Kindern in der Kita so zu bearbeiten, dass die Kinder besser mit sich und ihrer Welt zurechtkommen und erfahren können, wie sie ihr Leben selbstbestimmt und gemeinsam mit anderen gestalten können? Ganz einfach ist diese letzte Frage nicht zu beantworten. Versuchen wir sie vielleicht erst mal zu verstehen. Preising sagt ja, dass die Kinder durch die Bearbeitung der Situation besser mit sich und ihrer Umwelt zurechtkommen und erfahren sollen, wie sie ihr Leben selbstbestimmt und gemeinsam mit anderen gestalten können. Hier hört man ganz deutlich die übergeordnete Zielsetzung des Situationsansatzes und damit verbunden natürlich auch die Kompetenzbereiche heraus, in denen die Kinder gefördert werden sollen. Ich stelle mir daher zunächst allgemein die Frage, was die Kinder denn potenziell lernen können, wenn ich mit ihnen eine Situation im Zusammenhang mit dem Thema digitale Medien bearbeite. Kommt natürlich immer darauf an, wo genau die Reise mit den Kindern hingeht, aber potenziell geht da einiges. Hier nur mal ein paar Ideen zur Veranschaulichung. Die Kinder eignen sich Wissen über digitale Medien und Medienangebote an. Sie erwerben Fähigkeiten zum adäquaten technischen Umgang mit Medien. Sie lernen einzelne Medienprodukte zu bewerten. Sie reflektieren ihre eigene Mediennutzung. Sie lernen Medien zielgerichtet für eigene Zwecke auszuwählen und zu nutzen. Sie erwerben die Fähigkeit, Medieninhalte selbst zu entwickeln. Gerade vor dem Hintergrund, dass es heutzutage Kinder, Jugendliche und Erwachsene gibt, die durch die exzessive Nutzung digitaler Medien eben gerade Schwierigkeiten haben, mit sich und der Welt zurechtzukommen. Vielleicht auch, weil sie nie gelernt haben, Medien als Mittel zum Zweck einzusetzen, also sie selbstbestimmt funktional und sozial verträglich zu nutzen, sich die Notwendigkeit, dieses Thema schon von klein auf zu bearbeiten, gegeben. Grundsätzlich eignet sich das Thema also auf jeden Fall, um es im Rahmen des Situationsansatzes gemeinsam mit den Kindern zu bearbeiten. Vielleicht bin ich mit meinem Beispiel an dieser Stelle noch etwas zu allgemein da, Preising in ihrer Leitfrage ja explizit danach fragt, welche dieser Situationen denn geeignet sind. Ich werde gleich noch konkreter, möchte mich an dieser Stelle aber trotzdem schon mal festlegen, dass die von mir geschilderten Situationen in meinen Augen geeignet sind, um sie im Rahmen der pädagogischen Arbeit mit den Kindern in der Kita im Sinne des Situationsansatzes zu bearbeiten. Da mache ich also auch einen Haken hinter. Nachdem die Schlüsselsituation gefunden ist, kann man sich die Frage stellen, welche möglichen Bedeutungen bzw. Handlungsinteressen für die Kinder in dieser Situation liegen und wie sich die Situation für Eltern, pädagogische Fachkräfte oder andere darstellt. Hinsichtlich der Medienerziehung haben die Eltern womöglich viele Fragen. Wann und wie lange sollte mein Kind digitale Medien nutzen? Welche Inhalte sind geeignet? Sind digitale Medien gefährlich für die Entwicklung meines Kindes? Die pädagogischen Fachkräfte beobachten nach dem Wochenende eventuell eine größere Unruhe innerhalb der Gruppe und eine verstärkte Impulsivität einzelner Kinder und vermuten, dass der Medienkonsum der Kinder im Elternhaus hierfür eine Ursache sein könnte. Womöglich verarbeiten die Kinder Gehörtes und Gesehenes in ihrem Spiel. Vielleicht bringen sie aber auch ihren Wunsch zum Ausdruck, so stark, schnell oder schlau zu sein wie ihre Medienhelden. Womöglich wollen sie aber auch wissen, wie ein Film eigentlich gemacht wird oder selber einen Film produzieren. Ihr seht, das Thema digitale Medien ist umfassend und vielschichtig und eröffnet dadurch vielfältige Anlässe und Möglichkeiten, um im Rahmen des Situationsansatzes pädagogisch aktiv zu werden. In der Praxis gibt es vielfältige Möglichkeiten, Schlüsselsituationen zu bearbeiten. Im Alltag, im Spiel und in Projekten ist dies genauso möglich wie durch die Raumgestaltung und durch die Materialauswahl. An dieser Stelle ist es natürlich wichtig, eine Fokussierung vorzunehmen, sonst läuft man Gefahr, sich in der Situation zu verlieren. Deswegen müssen wir uns jetzt in unserer Schlüsselsituation orientieren und Ziele formulieren. Dabei fragen wir uns, was soll an der Situation verändert? Welche Fragen sollen aufgeklärt? Welches Erlebnis soll gestaltet bzw. welches Bedürfnis soll geweckt bzw. befriedigt werden? Um diese Fragen angemessen beantworten zu können, halte ich es für sinnvoll, mit den verschiedenen Kita-Akteuren über die Schlüsselsituation ins Gespräch zu kommen und die Kinder im Kita-Alltag verstärkt zu beobachten. Die Gespräche und Beobachtungen könnten ergeben, dass konkret das Thema Film für die Kinder eine besondere Bedeutung hat. Beobachtungen in diesem Zusammenhang könnten das Nachspielen von Filmszenen im Rollenspiel sein, Kinospielen, das Basteln von Requisiten, großes Interesse an der Kamera, verschiedene Fragen und Hypothesen zum Thema und so weiter. Einige Kinder formulieren womöglich sogar konkret den Wunsch, selbst mal einen Film zu drehen bzw. in einem Film mitzuspielen. Die Kolleginnen und Kollegen haben vielleicht ähnliche Beobachtungen in anderen Kontexten gemacht und die Eltern berichten, dass das Thema auch zu Hause für die Kinder eine Rolle spielt. Zusammen mit den Kindern einen Film drehen, das ist das Erlebnis, das gestaltet werden soll. Durch die nächste Hilfsfrage kann geklärt werden, welche Kompetenzen und Erfahrungen durch die Bearbeitung des gewählten Themas gefördert und unterstützt werden sollen. Es sollen beispielsweise ein Verständnis dafür entwickelt werden, wie Filme produziert werden. Die Kinder sollen verschiedene digitale Medien und deren Einsatzmöglichkeiten kennenlernen. Sie sollen unterschiedliche Ideen miteinander aushalten und Kompromisse finden. Sie sollen Begriffe entwickeln, wie beispielsweise Drehbuch, Szene, Schnitt, Effekt. Sie sollen im Spiel vor der Kamera Selbstvertrauen entwickeln. Euch fallen bestimmt noch weitere Kompetenzen und Erfahrungen ein. Die Liste ist beliebig erweiterbar. Sobald eine Orientierung stattgefunden hat, kann die Situation mit den Kindern gestaltet werden. Es wird also gehandelt. Da das Thema Filmdrehen sehr umfangreich ist, wird es notwendig sein, sich über einen längeren Zeitraum damit zu beschäftigen. Es kann somit als ein Projekt verstanden werden. Aufgaben in diesem Zusammenhang sind beispielsweise die Durchführung einer Auftaktveranstaltung mit den Kindern, die Projektplanung gemeinsam mit den Kindern und damit verbunden die Entwicklung eines groben Projektplans, das Sichtbarmachen der Projektarbeit in der Einrichtung sowie die Durchführung der einzelnen Projektschritte mit Reflexionsphasen. Bei der Planung und Durchführung ist darauf zu achten, dass die Tätigkeiten und Anregungen erlebnisreich und interessant für die Kinder sind. So wäre beispielsweise das Schauen eines Disney-Films sicherlich interessant für die Kinder, aber halt eben nicht erlebnisreich aus einer pädagogischen Perspektive. Die Fachkraft kann natürlich gezielt Impulse setzen, um das Projekt erlebnisreich zu gestalten. Des Weiteren sollte sich die Fachkraft im Vorfeld darüber Gedanken machen, welche Erfahrungsfelder innerhalb und außerhalb der Einrichtung erschlossen werden können. Bei unserem Beispiel wäre es denkbar zu schauen, wo man sich Film- und Tontechnik für das Projekt leihen kann und ob es womöglich Institutionen in der Region gibt, die sich auf die Stärkung der Medienkompetenz spezialisiert haben. Zudem sollte sich die Fachkraft die Frage stellen, wie Eltern und andere Personen bei dem Projekt mitwirken können. Vielleicht lässt sich ja eine Person finden, die über eine gewisse medienpädagogische Expertise verfügt und sich als Experte am Projekt beteiligt. Womöglich werden Familienangehörige auch für die eine oder andere Szene im Film gebraucht. Ich will jetzt gar nicht zu tief in dieses hypothetische Projekt im Kindergarten einsteigen, sondern nochmal den Blick über den Tellerrandwagen. Über die Gestaltung der Situation gemeinsam mit den Kindern. Wenn ihr euch erinnert, hatten ja auch die Eltern und Kolleginnen und Kollegen Fragen und Hypothesen zur Schlüsselsituation. Auch diesbezüglich können Ziele formuliert und verfolgt werden. Das Team könnte die Fragen der Eltern im Eingangsbereich sammeln und diese durch intensive Recherchearbeit beantworten. Es könnte ein Bildungsreferent zu einem Elternabend eingeladen werden, der die Fragen der Eltern beantwortet. Im Rahmen der Planungstage könnte sich das Team der Einrichtung gezielt mit dem Thema Medienpädagogik in der Kita beschäftigen. Es wäre sogar denkbar, dass die Erzieherinnen und Erzieher den Bildungsbereich Medien für eine gewisse Zeit in den Mittelpunkt ihrer täglichen Arbeit rücken. Die Schlüsselsituation könnte auf diese Art und Weise umfassend und nachhaltig bearbeitet werden. Der vierte und letzte Schritt ist das Nachdenken. Hier werden die gemachten Erfahrungen gemeinsam ausgewertet. Preising und Heller schlagen hier folgende Fragen vor. Woran beteiligten sich die Kinder besonders aktiv? Wie und wodurch konnte die Situation verändert oder besser verstanden werden? Was ist noch offen? Welche Fragen müssen noch beantwortet werden? Welche nächsten Schritte bzw. welche Vorhaben sind geplant? Mit Blick auf diese Fragen wird deutlich, dass weder das Projekt noch die Situation am Ende des vier Schritts abgeschlossen sein müssen. Es könnte sogar sein, dass das Interesse der Kinder noch größer wird und dass sich aus dem ersten Projekt weitere Projekte ergeben. Eventuell wollen die Kinder in einem Folgeprojekt eine eigene Geschichte vertonen, mit Tricktechnik arbeiten oder ihren Kita-Alltag im Rahmen einer Fotoausstellung präsentieren. Vielleicht spezialisiert sich eine Kollegin auf den Bereich digitale Medien und bringt neue Impulse in die pädagogische Arbeit der Einrichtung. Womöglich wird ein Medienraum in der Kita eingerichtet und mit entsprechenden Materialien ausgestattet. Vielleicht wird sogar der pädagogische Schwerpunkt neue Medien in der Konzeption verankert. Genau das macht das Arbeiten nach dem Situationsansatz aus. Die eigenen Inhalte und Ziele der pädagogischen Arbeit werden immer wieder auf die sich wandelnden Lebensbedingungen von Kindern angepasst. Die Einrichtung und das Team verharren also nicht im Status quo, sondern erfinden sich im Hinblick auf sich veränderte Lebenssituationen immer wieder neu. Es ist klar, dass Veränderungen stets ein hohes Maß an Energie und Engagement von allen Beteiligten abverlangen. Aber es lohnt sich. Vielleicht könnt ihr die Vision eines gelebten Situationsansatzes, den ich hier beispielhaft im Zusammenhang mit neuen Medien versucht habe aufzuzeigen, teilen und erkennt den Mehrwert dieser pädagogischen Arbeit für die Praxis. Ich würde mir wünschen, dass ihr als pädagogische Fachkräfte relevante Situationen in eurem beruflichen Alltag wahrnehmt und diese mit Weitblick gestaltet. Ihr solltet ein Zukunftsbild davon entwickeln, wie ihr euch eine pädagogische Arbeit bezogen auf bedeutsame Situationen vorstellt. Dabei muss es natürlich nicht um neue Medien gehen. Pädagogisches Arbeiten während einer Pandemie, Klimaschutz oder Inklusion, um an dieser Stelle jetzt drei beispielhaft zu nennen, betreffen unsere Kinder und Familien heute auch und sollten in der Praxis so bearbeitet werden, dass die Kinder besser mit sich und ihrer Welt zurechtkommen und erfahren können, wie sie ihr Leben selbstbestimmt und gemeinsam mit anderen gestalten können. Und wer, wenn nicht ihr, sollte sich diese Aufgabe annehmen? So viel zum Arbeiten nach dem Situationsansatz. Mit der Theorie hinter dem Situationsansatz beschäftigt ihr euch in diesem Video. Wenn ihr euch für andere sozialpädagogische Konzepte interessiert, dann werft gerne einen Blick in diese Playlist. Und wie immer an dieser Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.